Es ist geblieben, der Orangenreiniger ist mein Lieblingsprodukt, weil der so vielseitig ist. Ich habe früher so viel Putzmittel gehabt, wirklich für alles Mögliche, was da war es für und da war es für und im Bad hatte ich wieder was anderes als in der Küche. Ich brauche die nicht mehr. Ich habe nur diese Flasche und damit mache ich alles. Bis auf Fenster, dafür habe ich den Glasreiniger. Und Ofen, da nehme ich ja dieses Intensivgel für, aber mit den drei Produkten bin ich eigentlich schon zu 90 Prozent abgedeckt. Vielen Dank.